so hallo wir machen weiter bei part 9 mittlerweile von cult of the lamp hochgeladen ist jetzt bis part 5 einer der der aktuellsten kommentare den ich mir merken wollte war auf jeden fall der dass immer erst predigt dann losgehen zum kreuzzug weil meistens wenn man halt zum kreuzzug losgeht und die predigt vorher nicht gemacht hat dann ist der tag rum und dann hat man eine predigt verschenkt absolut sinnvoll sehe ich absolut ein weiß nicht wie es bisher gemacht habe aber also ob es zufällig manchmal nicht verschenkt habe aber ist völlig korrekt dass natürlich der tag rum geht während man kreuzzug macht und dann ist die predigt weg wenn man sie nicht vorher gemacht hat ja also immer noch immer wenn ich zum kreuzzug aufbrechen wird noch eine predigt übrig habe dann natürlich erst die predigt machen das ist völlig klar so letztes mal haben wir die diese truhe diese opfer truhe bekommen mit der ich richtig viel kohle machen kann wenn ich anhänger fleisch habe und auch andere sachen verkaufen kann also wir dürfen so schnell keine geldprobleme mehr haben was ganz cool ist so guck mal wir sind mitten am tag haben wir heute schon also ist für diesen heutigen tag schon eine predigt gehalten worden ja ok gut pass auf wir haben die predigt gehalten wir gehen direkt auf kreuzzug ich werde dieses ich glaube ich werde es beibehalten am anfang auf kreuzzug zu gehen und dann traue ich mich nicht mehr so dass a guck mal jetzt können wir vielleicht sogar den anhänger hier frei kaufen ne 50 ok kann ich nicht frei kaufen never mind never mind ja gucken wir was passiert ich müsste wieder vier karten am anfang bekommen ich müsste wieder vier karten am anfang bekommen ja es lädt haben wir ton warte kurz ich muss einmal ganz kurz bevor ich hier ja doch es schlägt aus ok guck das zwar auch immer vor der aufnahme nach aber man erinnert sich dann einfach nicht dran ob man nachgeguckt hat oder nicht so nicht ganz schön lange es wird eine große welt hallo spiel 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 ist überfordert jetzt das hat echt lange geladen so bonus ressourcen erhalten wir das ist nice zehn prozent chance für kritischer treffer ist auch gut verursacht gift schaden bei getroffenen gegen automatischer gift schaden ist auch gut dann muss ich nicht eine giftwaffe mitnehmen sondern das ist voll gut und bessere truhen sparen oder das ist das wird eine gute runde das wird eine gute runde gut guck mal dann haben wir hier tückische schwert und brauchen es nicht mal zwingend als wir können auf jeden fall wenn wir eine andere art von waffe bekommen können wir das ja wieder los werden aber ist natürlich auch sinnvoll so wir haben gelernt die dinge geben auch was das wusste ich nicht weil die so viel schläge brauchen aber ich habe mich daran erinnert insofern let's go wir zerschlagen alles was wir kriegen können wir können mittlerweile schon fünf aufladungen für den eifer haben was auch sehr cool ist doch und jetzt haben wir auf jeden fall den gift schaden aber den gift schaden müssten wir eben auch haben wenn wir das schwert wieder abgeben also sollten wir eine bessere waffe bekommen können die dann nicht vergiftungseffekt hat dann passt das so ich muss mich auch ich muss mich wirklich mal ein bisschen mehr beeilen mit dem ganzen anderen zeug ein bisschen schneller durch und was man nicht zu viel joda waren stein in der truhe nice sehr sehr stark sehr sehr stark oh da ist er hier wieder der erzählt mir mal story es war anders als der rest seiner schübschen er war alles als der rest seiner siebschaft denn die anderen waren immer im fluss chaos hungersnot pestilenz krieg alles dinge deren bestand dem wandel unterworfen ist und doch war er der unvermeidliche der hartnäckige der unaufhaltsame jener der wartet wahrhaftig sonderbar erscheint es ist seine begierde das unbekannte und neue zu umgarnen alte gelübde wie auch urtümliche band zu brechen tradition entstehen still und der appetit wächst dennoch der zweifel reißt den glauben in zwei alles klar danke für die geschichtsstunde und für die sachen in dem raum so weiter geht's wo das sind wir so türen türen sind immer so ein bisschen ja eklig doch irgendwie hat er haben sie sich jetzt gegenseitig erledigt oder was ich weiß es nicht irgendwas ist passiert so zwei wege nach oben und nach unten Ich habe jetzt gar nicht genau geguckt ob hier irgendwas hängt da hängt nichts es wird nackt Gehen wir erst mal oben rum Gehen wir erst mal oben rum Oh der hat ein Schild Schild müssen wir mit schweren angriffen kontern, nice Okay, das war die geschichte Oh blaues herz, auch sehr nice Sehr sehr schön, okay let's go Oh, hier ist schon zu ende Stonehenge, lol Dafür brauche ich stein um das zu bauen, das werden wir definitiv nicht machen Dann müssen wir aber noch kurz in einen anderen Raum, also ich Ich bin schon Ich bin schon sehr dafür, dass wir alle Räume immer durchgehen Auch wenn ich manchmal nicht weiß Ob es so sinnvoll ist, aber doch gerade mit den besseren tun die wir es Oh mein Gott, was habe ich jetzt bekommen Was ist da gespawnt Ist das eine neue Das ist wahrscheinlich der Das ist ein Das ist ein Relikt Ja, nice Halte für eine kurze Zeit Die Dauerzeit Die, die, okay Okay, kann ich einfach einsetzen Sehr schön Das ist ein Relikt, was ich dauerhaft einsetzen kann Also halt, wenn es sich aufgeladen hat Das ist nicht zerbrechlich Das wollte ich damit sagen Gut Ja, können wir es mal mitnehmen So, hier gibt es neuen Anhänger Hier gibt es Herzen Hier gibt es Essen Hier gibt es aber den Shop Ich will mal den Shop mir anschauen Ich glaube, ich habe noch nicht so richtig den Shop mir angeguckt Und der hat auch noch ein Symbol drunter Ich würde aber auch hier Guck mal, da ist so ein Trinkgefäß drunter Wir gehen mal für das Trinkgefäß Da haben wir nämlich eh noch einen Shop auf dem Weg dann Hey Kid, bitte nehmen unsere Opfer an und segne uns mit fruchtbaren Böden und ertragreichen Ernten Haltet die Hungersnot fern Ja, hier ist ganz anderer Fluch jetzt aufgetaucht, ihr Knallköpfe Nämlich ich Nämlich ich Aua Aber immer noch mehr Gegner Was ist denn hier los? So, jetzt haben wir es aber Alrighty Befreit Tschüss Alter, der Pilz sieht aber auch schon sehr wild aus, ne? Das ist schon ein sehr ekliger Pilz Oh mein Gott, ich sehe das jetzt erst Die haben alle hier so Gesichter, die Pilz Oh Gott, ist das eh klar Das habe ich noch Das ist mir noch nie aufgefallen Ist das überall so oder nur in dieser Stack? Das sind ja echt so Gesichter, die da reingebäh Wachsen sind So, wir gehen zum Shop Wenn es der Shop ist, ich glaube schon Dieses Gebäude ist, glaube ich, immer so einer Art Shop Ah, beziehungsweise ich kriege ein Ach, das ist, das ist er hier Zerbrechlich erhalte für je fünf Anhänger ein halbes Geisterherz Neun Anhänger Ne, das ist dann nur einmal zum Einsetzen Ne Da zerstören wir lieber hier wieder seine Seine Kollegen und bekommen ein Häppchen für Und verzichten auf den Auf das Relikt Ich verzichte auf das Relikt Gut, das Aber wieso, was war jetzt Was war jetzt diese Was war jetzt dieses Zusatz Na ja, ist egal Dieses Zusatzsymbol Dieses Drang-Symbol Hieß das, dass das er ist? Wahrscheinlich Wahrscheinlich gibt es verschiedene Arten von Von Dings, okay Vielleicht kapiere ich es irgendwann Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare Das geht auch Oh, erstmal nehmen Erstmal Hingabe klauen Dann zerstören Ein Stein mehr, so muss das Guck mal, jetzt ist nämlich Seht ihr das da oben? Wir hatten ja erst Nacht Und jetzt ist schon fast nochmal ein Tag rum Also es ist wirklich, man verschenkt eine Eine Predigt, wenn man Wenn man Nicht eine Predigt hält Und dann auf Kreuz zugeht Also an dem Tag, an dem man auf Kreuz zugeht Immer erst Predigt halten Sonst ist definitiv der Tag rum Das heißt, jetzt vergeht auf jeden Fall wieder ein Tag ohne Predigt Weil ich glaube nicht, dass ich bis zur Nacht wieder zurück bin Na Dafür geht der Tag da oben viel zu schnell rum Okay Ups, das wollte ich nicht Okay Okay, gehen wir nach unten weiter Oh Okay, jetzt Jetzt haben wir zum Beispiel die Situation Äh, stärkere Handschuhe Mit Nekromanteneffekt Ja, nehmen wir Weil den Gifteffekt haben wir ja eh noch Durch die Karte Also nehmen wir auf jeden Fall Sehr gut Und besiegt die Gegner Müssten jetzt Geister droppen Die ich dann sozusagen nutzen kann Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe Wir werden es gleich feststellen Ah, geil, sehr viel Holz auf jeden Fall auch wieder So, jetzt gucken wir mal, ob ich immer noch den Gifteffekt habe Aber müsste eigentlich da sein Ja, sehr gut Und wir haben zusätzlich diesen Geister-Effekt jetzt Guck mal, da sind die Geister Habt ihr gesehen? Da war so ein Geist Nice Oh, aber meine Energie ist nicht so nice Ich hab gar nicht auf die Energie geachtet Beziehungsweise ich hab schon auf die Energie geachtet Aber ich hab gar nicht realisiert, dass die so runter geht Guck mal, hier sind die Pilze normal Das war wirklich nur In dieser, deswegen ist mir das auch noch nie aufgefallen Das war nur in dieser Stage, wo ich den Den Anhänger bekommen hab Hier sind die Pilze ganz normal Oh, okay Deswegen ist mir das auch noch nie aufgefallen Weil es einfach davor nicht war Krass Oh, was haben wir denn jetzt hier für Waffen Okay, müssen wir uns jetzt in Ruhe angucken Nekromantendolch Nekromantendolch Ja, weiß ich jetzt nicht Nekromantenschwert Ah, ich glaube Wenn ich mir das so angucke Ist zwar schneller, aber Ich glaube ich bleib bei den Handschuhen Wenn ich das jetzt richtig verstehe Schaden 3 2 0 8 Ja, nö Nö, bei den Handschuhen sehe ich mich eher Nö, das passt so Alles gut Alles gut Bossfight Bossfight Oh, wir sind schon da Eligos Dann halten wir noch gleich mal die Zeit an Dann kriegt der gleich mal ordentlich aufs Maul Oh, das war nicht so gut Oh Okay, auch meine Meine Spezialfähigkeit ist jetzt nicht so krass hier für ihn, oder? Ah Geht so Scheiße Oder? Ich glaube ich bin ausgewichen, oder? Oh boy Oh boy Nice Das war zwar knapp Mal wieder Zwar einmal wieder knapp Aber wir haben es geschafft Sehr schön Alter, 227 Knochen Let's go Okay Konvertieren Zack Und wir bekommen entweder ein großes Geschenk Sieben Stein oder Gold Ich bin neugierig auf das Geschenk, von daher let's go Jetzt wissen wir aber nicht, was das Geschenk war, ne? Ist okay, ist okay Sehe ich das jetzt hier irgendwo? Großes Geschenk Großes Geschenk Ah, das kann ich nem Anhänger geben Ah, deine Großzügigkeit kennt keine Grenzen Okay, das kann ich nem Anhänger geben Ich verstehe So, Nummer 2 geschafft Und wir kehren zum Kult zurück Das war der Kreuzzug für heute Ab jetzt werde ich mich wieder so weg In meinem, in meinem Feld verlieren Irgendwann schaffen wir es vielleicht mal zwei Kreuzzuge in einem Video zu machen Vielleicht auch heute, wir werden sehen Guck mal, drei Anhängerfleisch ist auch dabei Kann ich gleich verkaufen Ne, jetzt gehen wir erstmal segnen Dann machen wir Predigt Oder wird's gleich Nacht Dann würde ich erst die Predigt machen Für den Fall, dass ich zu lange brauche zum Segen Es ist Nacht, okay, guck Dann ist eh wurscht Dann ist eh wurscht So, jetzt habe ich hier erstmal Sachen bekommen Hier liegen auch Sachen rum Und wir haben wieder zwei Oh, und er ist tot Hab ich gar nicht mitbekommen Guck mal, hier ist Dann machen wir jetzt folgendes Es ist eh grad Nacht Keiner sieht, dass ich hier Anhängerfleisch draus gebastelt habe Hoffe ich Ah, hier grad den Fall Oh, Veit ist Oh, Veit ist abtrünnig unterwegs Freund Dann ab ins Gefängnis mit dir Warum bist du denn hier ab? Ah, wegen dem Glauben Okay, pass auf, wir machen erst Predigt Ist jetzt blöd, ich müsste erst segnen Ich weiß, aber Wir machen erst Predigt Erstmal Glaube wieder ein bisschen stärken Oh, nur sechs Leute Oh, das ist nicht so viel Aber erstmal wieder ein bisschen den Glauben hier erhöhen Das ist ja Deswegen traut man sich immer nicht auf diese Kreuzzüge zu gehen Na, weil Weil immer kacke So, dann können wir Eine neue Doktrin verkünden Äh Wir gehen mal weiter auf Jenseits Ritual der Wiederweckung Führe deinem Templar ein Ritual durch, mit dem du Tote Anhänger wiedererwecken kannst Okay, das ist auch nicht schlecht Führe deinem Templar ein Ritual durch, um ein Begräbnis für eine deiner kürzlich verstorbenen Anhänger durchzuführen Erhalte 20 Glauben Mich würde das Wiederwecken interessieren Mich würde das Wiederwecken tatsächlich sehr interessieren 75 Knochen kostet's Oh, und das kostet zehn Glauben Die finden das gar nicht so gut, wenn wieder erweckt wird Okay Die finden das gar nicht so gut, wenn wieder erweckt wird Ich verstehe Ohhhh Neue göttliche Inspiration, let's go So Komm, wir machen gerade noch ein Feuerchen Dann haben wir den Glauben gleich nochmal stärker erhöht Ich denke, das ist ganz sinnvoll Könnten wir aber in Kombination mit einem Ritual, mit einem Festritual machen, ne Dann haben wir Essen auch gleich wieder oben Weil Essen ist glaube ich auch, oder? Lass mal gucken, wie Essen aussieht Ja, komm, Essen machen wir auch gleich wieder hoch Essen machen wir auch gleich wieder hoch Wir machen, wir nehmen beides mit Ist in Ordnung, wir nehmen beides mit Feit bekommt jetzt nichts, weil er im Gefängnis ist, tut mir leid Aber ich war gerade etwas unter Druck, weil der Glaube so weit unten war So Also das ist, ne Das ist neu, haben wir angeguckt Dann ist das Ausrufezeichen weg Achso, das muss ich noch ausüben, deswegen ist das das Ausrufezeichen Ja, alles, alles gut, alles gut Machen wir noch So Oh, er haut ab, oder was? Hm Ja gut, er hat acht Münzen mitgenommen Als Eigenschaftsspion Ja gut, kann's nicht ändern Ähm Moin Moin Umerziehen So, ne es ist gar nicht Feit, hä? Ich dachte es war Feit, Entschuldigung Ich hab mich verguckt Habe ich nicht Feit gelegt, bin ich jetzt komplett dämlich? Ich muss komplett dämlich sein Ok, in Gruft brauchen wir erstmal nicht mehr leveln, ist irgendwie so wirklich Oder? Also es scheint mir jetzt aktuell nicht so sinnvoll Die Leichen werde ich entweder zu Fleisch verarbeiten Um das zu verkaufen, oder? I don't know, ob das richtig ist oder nicht Was ist das Erntetotem? Erhöht das Wachstumstempo Ne, ich glaub das wächst schon alles schnell genug Ich komm ja eh nicht hinterher Fängt Vögel die Saatgut von Ackerbarzellen in Reichweite Ah, ok Ok Deponiere Gras, um es in Dünger zu verwandeln Ok Klingt auch gar nicht so verkehrt Wobei ich weiß jetzt gar nicht was so sinnvoll wäre Vielleicht ein Heilquartier Ja doch, ich glaube wir haben noch nicht so viel mit Krankheiten zu tun, aber Falls Das kommt sollte, dann wäre es vielleicht ganz gut mal so was zu haben Eieiei Ok, so Weiter einsammeln Oh, guck mal, da ist schon wieder was kaputt Warte, ich geh nochmal wieder kaputt danach So, jetzt erstmal hier wieder sauber machen Ist wieder alles dreckig Aber ich dachte, wo ist jetzt Veit? Ich dachte Veit ist der, der Hab ich nicht vorhin Veit gelesen an der Stelle I am confused Ne, hier ist Veit Veit ist cool drauf Ok, Veit ist cool So, Segen habe ich vorhin nicht machen können Jetzt machen wir mal Segen So Pass auf, dann kriegt Veit jetzt Bin ich noch bei Veit eigentlich? Woher sehe ich denn immer mit wem ich da Jetzt spreche ich mit Veit Ok, Veit kriegt jetzt auf jeden Fall das große Geschenk Großes Geschenk Ach, das war Oha Ok, so eine Puppe Alles klar Und ich habe noch mehr Oh, der hat schon eine Kette Prebre Du kannst auch was bekommen Ne, du hast auch schon was Felix, hast du schon was? Nein, dann kann ich dir die Blumenhaltskette geben Und die Naturhaltskette habe ich auch noch Ei, ei, ei So, hier, zack Level 3 Ne, doch nicht Kann ich dir was geben gerade? Ne, ist schlecht, ne? Gerade kann ich dir nichts geben Oh, hier ist schon wieder Ne, der ist schon alt gewesen, gell? Ja, ja Der ist schon alt, wir können trotzdem nochmal segnen Dann segnen wir ihn gleich mit hier Drüben, so Hat Bartmann schon irgendeine Kette oder irgendwas? Ja, hat er schon Nice So Hier liegt Zeug rum Okay, also unsere drei Symbole da oben sind schon wieder ganz gut unterwegs Ähm, ich denke dann kann ich jetzt mal den zwei neuen Anhänger holen Oh, beim Opferaltar gibt es hier lecker Geld So Ich habe nur ein bisschen Angst, dass er mir hier gleich, gleich Abflug macht Ich kann nicht mehr mit ihm interagieren, na, ne Sollen wir ihn opfern? Das wird jetzt ja wieder gehen, richtig? Wo ist Opfern? Hier war Opfern Genau Ja, pass auf, dann opfern wir Hadrion Und holen die zwei neuen Und holen die zwei neuen Alter, der gibt mir auf jeden Fall das nächste Level ab Let's go Plus 100 Alter Schwede Nice Ein da Plupp So Wir können jetzt Ähm Hier weiter hochgehen Gnadenlose Waffen Und dann ist das nächste schon göttliche Waffen Ja, let's go Aber dafür müssen wir trotzdem erst Ah, wir müssen trotzdem erst 1, 2 Ah, wir müssen Wir müssen dann hier hochleveln Wir müssen die Flüche hier hochleveln Was anderes ist ja gar nicht mehr zur Verfügung danach Ah, das ist natürlich ärgerlich, aber ja, ist okay Dann ist man ja eigentlich wirklich gezwungen, die Flüche hochzuleveln Aber ist in Ordnung Ist okay Bevor wir göttliche Waffen Waffen wahrscheinlich Waffen bekommen, dauert es noch ein bisschen So Okay Ich hab schon beredet, ich wollte auch gar nicht So, da war wieder Anhängerfleisch dabei Anhängerfleisch verkaufen wir gleich Sehr, sehr schön Okay, was können wir bauen? Was müssen wir bauen? Aus Dekoration gehen wir gleich mal raus Ähm Also, hier ist aktuell nichts Nichts wirklich relevantes Das ist okay Tabernakel wäre nicht schlecht Aber ist jetzt nichts relevantes In dem Sinne So Dämonienbeschwörung habe ich mich immer noch nicht mit auseinandergesetzt Kommt noch Gefängnis reicht im Moment eins Ähm Ah, hier gibt's Hier braucht man jetzt die Kamelie Okay Für's Heilquart Hier braucht man die Kamelie Und da braucht man fünf von den Ach stimmt, ich wollte doch hier was bauen, na? Da fehlen mir noch, äh, drei bestimmte Dings Okay, pass auf Dann fehlt mir jetzt noch einmal so Steinteil Dann können wir das mal gerade zusammensetzen Dann bauen wir schon mal eine neue Holz-Dings Ich hab 77 Holz Ja, da hab ich auf jeden Fall mehr als genug für Wir bauen schon mal eine neue Holz-Dings So Gut, dann Ach ja, ich wollte rekrutieren, mein Gott Bitte verschone mich Machen wir doch, machen wir doch Alles easy Ich werd's auch, glaub ich, so machen Ah, wobei, wenn ich wiederbeleben kann Ich wollt grad sagen Ich werd's, glaub ich, so machen Wenn einer von euch YouTube-Anhängern Stirbt, dass ich neu nach euch benenne Aber nee, wenn ich wiederbeleben kann Dann kann ich euch natürlich wiederbeleben Das sollte drin sein, das sollte möglich sein So, was hast du für Fähigkeiten? Materialist Beim Bau bessere Unterkünfte Glauben Die Heilung verläuft um 50% langsamer Wenn ein Kranker ein Bett ruht, okay So, Hallöchen Du wirst gleich mal gesegnet Ob dir was ist noch gar nicht gesegnet Du gehst auf jeden Fall beten Wo gehst du denn hin? Ach, du beziehst das mal dein Bett Ja, ist in Ordnung So, und da haben wir den nächsten Eligos Oh, nur schlecht Nee, schon wieder ein Schnarcher Aber das ist okay Dann kann ich das Bett Liegt an der Seite gleich wieder Na? Aber ist gut zu wissen Ist gut zu wissen Dann machen wir gleich mal Achso, ähm, du gehst auch beten Dann machen wir gleich mal aus dem Bett An der Seite Ne, ne Unterkunft Und die ist dann auf jeden Fall für den Kollegen von gerade Das muss ich jetzt auch unbedingt bauen Bevor Hier der Tag rum ist Damit der nicht hier meine Leute wieder aufweckt So Eligos war's, ne? Genau Eligos war's Gut, Eligos wohnt jetzt hier Okay, so Das ist gleich fertig So, dann haben wir das jetzt vollständig Und können die zweite Farm bauen Nice Kann ich wahrscheinlich einfach upgrade, ne? Ja, Farm verbessern Let's go Und jetzt könnt ihr nämlich Jetzt kann der, der hier angestellt ist Dann kann der, der hier angestellt ist Kann auch noch zusätzlich die Sachen, äh Die Sachen Äh, ja Lagern Da ist jetzt nämlich auch so ne Truhe, ne? Dann kann der jetzt, hier, jetzt fängt der schon an, hier, Trebre Na, jetzt Legt das hier schon rein Super, dann muss ich das nämlich auch nicht mehr machen Gut Gut Das wird hier alles immer selbstständiger Felix opfert gerade was Was hat mir Felix hinterlassen? Bierholz, nice Dankeschön So Okay Hier wird schon wieder das erste Holz hergestellt Das läuft doch hier alles ganz gut Pass auf, dann gehen wir Tarotkarten kaufen mit dem Geld, was wir haben Mir fehlen jetzt nämlich noch, das haben wir letztes Mal festgestellt, die Tarotkarten hier bei der Sporengrotte, die habe ich noch nicht gekauft, richtig? Korrekt So, da haben wir einmal Schneisenschläger Gegner erleiden Schaden, wenn du gegen sie rollst Okay Ja, doch Kann man mitnehmen Finde ich nicht verkehrt Auf jeden Fall, okay Zack In der Nacht erhöht sich der Schaden um 30%, ja, let's go Das Ding ist halt nur Wenn wir die Karten selber auswählen können, also wenn wir mal 2 bekommen Ähm Das muss ich mir überlegen, was am Ende besser ist Weil wenn ich 4 zufällige am Anfang bekomme Kann es natürlich sein, dass ich Karten bekomme, die sich gegenseitig so ein bisschen beißen Bewegungstempo erhöht sich, ja, let's go Na, also, wenn ich selber auswählen kann, welche Karte ich nehme von 2 Stück, habe ich immer so ein bisschen abgewägt, was für mich jetzt besser ist Also, ob wir jetzt diesen Vlies weit hin tragen, weiß ich noch nicht, müssen wir uns überlegen Ich habe gar nicht geguckt Was habe ich jetzt gekauft Erleidest du einen Treffer, wird ein Tentakel erzeugt Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung Ich habe gar nicht geguckt, was ich gekauft habe So Gut Ja, dann waren alle Karten recht in Ordnung und sinnvoll Das passt Das passt Mehr haben wir hier nicht zu kaufen Wunderbar Du hast auch nichts mehr für mich, ne? Du bist einfach Kann ich mal mehr mit dir reden Ah, hier gibt es noch eine Anhänger Die Anhänger vor mir muss ich irgendwann mal noch holen, ja Kann ich aber gerade nicht, habe kein Geld mehr Okay, gehen wir segnen Gehen wir segnen für den heutigen Tag So, und ich überlege gerade, ob ich es irgendwie schaffe, alle Ach, jetzt ist er auch alt Oh, jetzt werden so schnell, die werden so schnell alt Das gibt es doch nicht Ah, erstmal ihn hier wieder Dann haben wir ihn gleich wieder normal Da fehlt nämlich nicht mehr viel Der geht jetzt direkt runter und ist wieder fein Sehr gut, dann kann er aus dem Gefängnis raus Easy So, dann gehst du hier mit zum Beten, ne? Wunderbar, dann können wir hier einmal Einmal Segen geben Den Vieren auf einmal Nice Der hat jetzt Fisch Trebre kriegt auch Segen Du kriegst auch Segen Jetzt hat Felix hier die Farm übernommen, nachdem Trebre alt geworden ist Das finde ich auch gut, wie das automatisch Wie das automatisch funktioniert, dass dann jemand anders das macht Das hat das Spiel sich schon sehr gut Sehr gut überlegt, wie das hier funktioniert So Wo habe ich noch nicht gesegnet? Hier, na? Die zwei habe ich noch nicht gesegnet Kommst du gleich mit rüber Bartman? Nein, kommt er nicht Dann machen wir das extra So Warum hatte ich bei Bartman gerade drei Millionen Optionen? Ah, er kann gestreiten Okay, was ist Anhänger streicheln? Ich habe das noch nie gemacht, oder? Ach lol Ach lol, das erhöht auch die Dings Das geht aber nicht bei allen Das habe ich... Oh, ich bin eine Pflaume, dass ich das nie gemacht habe Kann ich ihm zwei Ketten geben, oder was? Nein, okay, er hat schon eine Gut, gut, alles in Ordnung Hast du schon eine Kette? Die zwei neuen haben doch garantiert keine Kette, oder? Ja, hier, perfekt, zack Ist zwar kein neuer, aber sehr egal So Dann haben wir alle gesegnet, glaube ich, richtig? Dann können wir Predigt halten So Sehr schön Ja, Abklingzeit hier Weder das geht noch Das geht jetzt erstmal Wollen wir mal Wiedererweckung... Ne, ich glaube, Wiedererweckung hebe ich mir auf Bis einer von euch gestorben ist Ich glaube, so lange hebe ich mir mal Wiedererweckung auf So Gut, ähm Jetzt ist Felix hier unten Okay, also die wechseln sich einfach ab Jeder macht so verschiedene Sachen Das ist okay Wenn ich das sozusagen nicht zuordne exakt Dann macht einfach irgendjemand irgendwas Das ist voll in Ordnung So, Trebre Ich kann halt... Ich kann halt nichts mehr mit dir machen, ne? Du bist einfach jetzt da und stirbst irgendwann So traurig das immer klingt Aber es hat sich auch keiner ausgesucht Gut Kann ich jetzt noch hier was bauen, was mir wichtig ist? So kann ich denn jetzt gerade gar nichts mehr bauen Aber ich kein Geld... Okay, jetzt scheitert es gerade am Geld Aber das ist in Ordnung Wir brauchen ja auch gerade nichts zum Bauen Ich kann zum Beispiel wieder 3 Millionen Sachen verkaufen Buchen wir hier, ne? Die Pilze Kann ich auch ganz viel verkaufen Aber das werden wir halt alles erstmal behalten hier Okay Hier haben wir auch gleich die nächste Dings fertig Die... die... Also das werden wir jetzt in dem Part auf jeden Fall noch abwarten Die eine... die eine göttliche... Dingens Die warten wir auf jeden Fall noch ab Wir können ja mal kurz gucken, ob wir jetzt ein neues Würfelspiel bekommen haben Wobei ich dafür ja auch Geld brauche, um ein... ne? Ich habe jetzt ja gar keinen Einsatz Ah Das hier hinten habe ich geholt, ne? Richtig Das wurde mir auch heute in die Kommentare geschrieben, aber das habe ich ja schon geholt In der letzten Zeit Ne, da ist kein neuer aufgetaucht Aber hier hinten können wir abholen Oh, und dann kriegen wir sogar die göttliche Inspiration voll Weil wir hier unten auch nochmal abholen können Oh, meine Maus ist im Bild Entschuldigung Hat man die jetzt die ganze Zeit gesehen? Weiß es nicht Ich weset nisch Aber wär jetzt auch nicht so dramatisch, wenn... Ja, perfekt Wird die Inspiration ist voll Komm, dann gehen wir nochmal ein bisschen angeln Vielleicht angeln wir zufällig was Schönes Nen Relikt Ich hab'n Relikt gesammelt Yo, moin! Okay Das ist nicht mal zerbrechlich Füllt Dings wieder sofort Okay, crazy Wir haben einfach ein Relikt geangelt Let's go Was man nicht alles angeln kann, ne? Oh, das ist neu Tintenfisch hat man noch nicht Das wollte er auf jeden Fall haben Ja, let's go Hier einmal Tintenfisch für dich Der schwer zu fassende Tintenfisch Wunderbar Hier nimm dies Wir hab'n 15 Jahre rausgefischt Kann ich nicht gebrauchen Ja, ich krieg' wieder so'n rotes Ding Ich mein' wir haben ja schon festgestellt Die Fliese sind nicht so krass Äh Also Es ist so, so halb Freude die zu bekommen Aber wir wollen's natürlich haben Avolo Aber es war jetzt schon sehr erfolgreich hier zu angeln Crazy Avolo Na Okay, noch drei Ja komm Angeln wir's heute mal wieder leer, das Ding So viel Zeit muss sein Avolo Oh, es wird schon Nacht Okay, krass Lol Oktopus Wollt der auch, ne? Alter, da fehlt nur noch die Krabbe Wobei ich das ja aus den Wellen gefischt hatte, war mir klar, dass kein Sterblich etwas damit anfangen kann Hier kommst du ins Spiel Let's go Let's go Let's go Nice Ja und jetzt ist kein Fisch mehr da, okay Fast Jetzt wird mich nämlich kurz... Okay, jetzt passt auf Jetzt interessiert mich Ob wir in der Nacht noch mal den einen Typen finden Ich geh jetzt kurz in der Nacht noch mal die anderen Orte hier ab Weil wir in der Nacht noch nicht unterwegs waren Vielleicht ist ja in der Nacht hier auch mehr los Nein, hier schon mal nicht Ist hier in der Nacht jetzt vielleicht mehr los? Nein Okay, ist bei dem Pilz vielleicht in der Nacht mehr los? Hier nicht Ist hier hinten in der Nacht vielleicht mehr los? Hier ist so ne Schnecke! Oh, die habe ich noch gar nicht gefunden Es gibt also mehrere von denen, denen man so ein Schneckenhaus Ich verstehe Okay, warte, kann es dann sein, dass ich beim See bisher eine übersehen habe Dass ich beim See eine übersehen habe, verstehen Sie? Okay, dann laufen wir mal kurz in den ganzen Rand ab Mensch habe ich da ja ne... Hier ist eine! Lol Die habe ich tatsächlich nie gesehen Okay, die sind überall Und es ist schon wieder Tag Alter, das ging so schnell jetzt Okay, wir müssen direkt segnen und 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 Dix machen Warte, ist bei mir vielleicht selber auch so ein Schneckenteil? Was für Quest fehlgeschlagen Deswegen ist... Ich verstehe es Ich hatte jetzt nicht, ich habe es nicht schnell genug geschafft Dieses Ritual des Fischens, ich hätte es einfach mal durchführen müssen Auszuführen, jetzt habe ich minus 45 Glauben verloren, plötzlich So auf einen Schlag einfach Okay, auch wenn ich erst segnen müsste, wir machen gleich die Predigt Ich habe keine Lust wieder in den Abtrünnigen hier gleich zu bekommen Ich habe keine Lust hier gleich wieder in den Abtrünnigen zu bekommen So... Level up Ja, wir haben nur... Wir haben nur eine Sache zur Verfügung Ich kann nur eines... Ach so, ich habe noch Kodai Segen theoretisch Aber das will ich eigentlich auch gar nicht Ja, dann gehen wir halt hier die Flüche hoch Dann gehen wir halt hier die Flüche hoch, ist in Ordnung So... Dann haben wir einmal das So... Das hat schon mal den Glauben ein bisschen erhöht wieder Mein Gott, dass die immer gleich so empfindlich sind, na? So... Dann würde ich tatsächlich jetzt einmal das Feuerritual durchführen Das erhöht auch den Glauben gleich wieder Ah, ich muss... Ich muss bei diesen Quests echt aufpassen Quest ablehnen ist nicht so schlimm wie Quest annehmen und dann nicht durchführen Uiuiui Uiuiui Deswegen ist damals der Glaube so krass runter Habt ihr mir bestimmt auch deine Erklärung in die Kommentare geschrieben, bin ich sehr sicher Aber habe ich natürlich nicht bisher gesehen So, wir haben hier schon auch wieder eine neue Inspiration Ähm... Was ist das? Ernte mehr Hingabe Ja, warum nicht, ne? Let's go So... Jetzt geht das hier auf Wir können... Beim nächsten Mal können wir die letzte Stufe des Tempels schon freischalten Und dann können wir jetzt auch mehr Gras wahrscheinlich einfügen Nice Großartig Aber wir leveln hier so schnell, das ist unfassbar So... Jetzt sind grad so viele hier, jetzt können wir perfekt... Perfekt... Einmal segnen Let's go So... Prebrau nochmal segnen, bevor er stürmt Hm... Ich glaube auf Level 6 kriege ich ihn nicht mehr, aber... Wir werden sehen Felix... So... Hier haben wir noch nicht gesegnet, Bartman, bleib mal hier Kollege Hm... So... Haben wir jetzt alle gesegnet? Für heute... Ah ne, hier noch nicht... Oh doch, haben wir... Habe ich dich gesegnet? Nein... Let's go... Oh... Level 5, oder? Ja... Geilo... Sehr, sehr schön Okay... Ja, also das wäre ja fast schief gegangen... Ähm... Aber ich... Mir fehlt ganz schön viel... Ja, guck mal, ich hab fast kein Fleisch... Ach... Das ist blöd... Aber ich hab doch jetzt so viel gefischt, wieso hab ich denn so wenig Fischsachen? Hä? Ich bin irritiert... Guck mal, ich hab 14 Kugelflisch... Fisch... Und ich kann nix damit anfangen... Ich hab 32 Thunfische und ich kann nix damit kochen... Mir fehlt irgendwas dafür, kann das sein? Mir fehlt irgendwas... Ich hab so viele Fische und nur mit diesem Lachs kann ich gerade arbeiten... Warum kann ich mit den anderen nicht kochen? Was... Ich weiß halt nicht, wie die Gerichte aussehen, die ich da kochen könnte, ne? Wahrscheinlich... Aber wahrscheinlich ist das so wie hier... Da ist dann noch... Kommt noch Kürbis rein und so weiter und so fort... Oh, die Maus ist schon wieder... Warum kommt hier die Maus immer ins Bild? Entschuldigung... Okay... Wie sieht's aus? Wie lange dauert's noch, bis ich das Festritual hier... Äh... Ausführen kann? Ah, es ist fast durch... Okay... Dann lassen wir noch ein bisschen hungern und machen das Festritual... Ich glaub das ist in Ordnung... Ich glaub das ist okay... Gut... Kann ich jetzt noch was bauen... Ah ne... Ich bin skeptisch... Bin retox-skeptisch... Ich bin retox-skeptisch... Noch ne Raffinerie sehe ich jetzt nicht so den Sinn darin... Weil so viel haben wir jetzt noch nicht bisher gebraucht von den speziellen Sachen... Ah, wir haben noch kein Heilquartier gebaut... Ne... Was brauchen wir dafür? Achja, siehste... Fünf solche Spezialholz... Pass auf... Dann machen wir jetzt wieder fünf Spezialholz... Sooo... Dann machen wir fünf Spezialholz... Eigentlich... Wir bauen trotzdem so ein Tabernakel... Warum nicht? So... Warum nicht, ne? Oh, hat das? Warum hat das so ne... Interessant... Was hat das... Was hat diese Reichweite damit auf sich? Warte, ich muss nochmal lesen, was das tut... Ein Ort, an dem Anhänger tagsüber beten und Hingabe hinterlegen können, wenn sie denn nicht am Schrein huldigen... Warum hatte das so ne Reichweite? Ich meine, kann ich das hier einfach hinsetzen? Ne, ne? Scheinbar nicht... Ne, ne... Also hier geht's überall gar nicht... Hier würde es... Ich setze es mal... Ich setze es mal hier hin... Wir gucken mal, was passiert... Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen dieser Reichweite so sinnvoll war... Aber ich hab noch nicht verstanden, was diese Reichweite soll... Muss ich ganz ehrlich sein... So, was macht die Abklingzeit? Ja, gleich haben wir's... Sollte vor der... Vorabend noch... Noch funktionieren... Wir sollten vorabend den Hunger noch stillen können... Dann baue ich hier ein bisschen mit... Nein, ich will nicht sprechen, ich will mitbauen... Okay, da war mein... Was, nur 10 Stück gehen da rein? Moment, aber ich hab doch hier Brennmal... Genau... Dann geht wahrscheinlich mehr rein... Ah, ich geh trotzdem nur 10 rein... Ja, okay... Vielleicht wird das mit der Zeit mehr... Ich weiß es nicht... Wir werden sehen... Schon wieder 3 Fisch... Sehr gut... Guck mal, jetzt sind 6 Stück drin... Ja... Gut, das hab ich mir jetzt etwas... Mehr vorgestellt für den Preis... Aber gut, ist okay... Ich mein, die Sachen, aus denen ich jetzt nichts kochen kann... Könnte ich auch verkaufen... Aber wie gesagt... Im Moment brauche ich's nicht... Im Moment brauchen wir die Spezialholz... Für das Heilquartier... Und die krieg ich nur aus dem Ding... Ja... Ja, der Erste hungert... Ich seh's... Aber wir haben... Wir sind da drinnen gleich... Du kriegst gleich Essen... Du kriegst gleich Essen, Kollege... Oh... Quest für mich... Einige Älteste wurden aus ihrem Kult verbannt... Und suchen nur einen Ort... Um ihre letzten Jahre zu verbringen... Vielleicht sollen wir sie bei uns aufnehmen... Oh... Ich muss jetzt... Toll... Ich muss jetzt einen Ältesten aufnehmen... Von dem ich aber weiß... Dass er sowieso bald wieder sterben wird... Aber wenn ich's nicht mache... Wenn ich's nicht mache... Verliere ich ja Dings... Na... Ah... Wow... Direkt 10 Glauben weniger... Wenn ich ihn rekrutiere... Ja, danke... Ah... Bruder... Der bringt mir ja nur Nachteile... Der Kollege... Außer, dass ich jetzt halt die Quest erfüllt habe... Das bringt mir wiederum Vorteile... So... Hier, Felix... Wo bist du? Ich hab deine Quest erfüllt... Da ist er... Zack... Und Glaube dazubekommen... Schön... Okay... So... Oh, das ist auch wieder offen übrigens... Hab ich grad gesehen... Ach, lol... Und hier muss ja auch jetzt... Äh... Ja, guck mal wie viel... Alter... Yo... Das ging jetzt ja auch... Lol... Deswegen konnte ich nichts kochen, ne... Weil ich das ganze Zeug noch nicht geholt hatte... Ja, natürlich... Jetzt kann ich wieder Bärenschüsseln machen... Aber jetzt haben wir eh gesagt... Wir wir... Ja, okay... Ich muss mehr an... Ich bin... Ich bin ein Depp... Ich muss mehr... Mehr so Sachen wie Kürbis anpflanzen... Und so weiter... Sowas brauche ich mehr... Sowas brauche ich viel mehr... Warte... Wir brauchen erstmal... Wir bra... Oh... Wir brauchen viel mehr davon... Ups... Ich wollte nicht zurück... Ach, lol... Ich hab kein Geld zum... Ja, okay... Machen wir gleich... So, jetzt... Jetzt wird aber der Hunger... Jetzt... Jetzt geht das Ritual, oder? Ritual geht... Let's go... Also... Die Abklingzeit... Ist fast... Fast so gut... Dass man einfach... Einmal warten kann... Ja... Also... Es ist fast... Es ist ein bisschen kritisch... So... Die fangen schon ein bisschen an zu hungern... Wenn man es macht... Das ist nicht ganz so... Optimal... Aber... Aber fast... Es funktioniert fast... So... Gib mir das... Hallo... Kann mal einer hier noch weitermachen? Freunde... Oh... Jetzt ist das Ding auch kaputt... Ja... Bauen wir gleich die nächste Steinmine... Geht nicht, weil ich kein Geld habe... Ja, okay... Wir bauen später wieder eine Steinmine... Im Moment haben wir genug Steine... Im Moment... Im Moment haben wir genug Steine... Das ist in Ordnung... Gut... Pass auf... Dann hören wir jetzt auf... Wir sind doch jetzt wieder bei einer Stunde angekommen... Es ist... Es ist wirklich... Es ist... Ich dachte bei 40 Minuten... Hey... Wir können... Wir kommen so ans Ende... Aber es hat nicht funktioniert... So... Jeder hat ein Bett... Der, der schnarcht... Ist Eligos gewesen... Der geht zu seinem Bett... Richtig... Wunderbar... Dann passt ja alles... Dann passt ja alles... So... Okay... Okay... Letzter Akt... Wir sammeln jetzt noch... Ich brauche noch 5 Stück... Achja... Ich wollte gucken, ob hier irgendwo so eine Schnecke ist, ne? Da war was... War da nicht gerade... Ah... Das war wahrscheinlich dieses Ding... Ich dachte hier war was an der Seite... Aber ne... War nicht... Aber ich laufe jetzt mal genau die Seite ab... Nicht, dass hier irgendwo so eine Schnecke ist... Die ich bisher übersehen habe... Das wäre schon sehr peinlich... Wenn ich in meinem eigenen... Lager... Die Schnecke übersehen habe... Aber ne... Hier ist keine Schnecke, ne? Ne... Die sind dann nur außerhalb... Okay... Ist in Ordnung... Oh... Wir haben's zusammen... Let's go... Tempel 4... Verbessere deinen Tempel und den Schreiner... Halte mehr Hingabe und ermögliche mehr Anhängern zu beten... Let's... Go... Bam... Und höher geht's nicht mehr... Das ist das Maximum... Von allem... Wollt euch jetzt nicht in der Nacht aufwecken... Freunde... Tut mir leid... Aber da darf man sich auch mal in der Nacht drüber freuen... Kult vollständig verbessert... So... Ihr dürft euch wieder schlafen legen... Sorry... Ich wollte euch... Ich wollte euch wirklich nicht wecken... Es tut mir jetzt ein bisschen... Alter... 175 levelt das Ding jetzt hoch... Ist das krank... Ist das krank... Sehr gut... Nice, nice, nice... Und du hast direkt ne Quest für mich... Aber... Jetzt ist Schluss... Darüber kümmern wir uns und beim nächsten Mal... Danke fürs Zuschauen... Und tschüss...